Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, vor acht Jahren haben SPD und Grüne die Praxisgebühr übrigens mit Zustimmung von Union und FDP eingeführt. Die Linken waren die einzigen, die dagegen waren und gesagt haben, das ist eine Belastung, gerade auch der sozial Schwächsten, die wir uns überhaupt nicht leisten können. 2006 hatte die Linke einen Gesetzentwurf zur Abschaffung eingebracht und die SPD war dagegen und jetzt zitiere ich ihn mal mit welcher Begründung, denn jetzt wörtlich, die unmittelbar nach der Einführung der Praxisgebühr zu beobachtenden sozialen Verzerrungen seien verschwunden, eine Abschaffung der Praxisgebühr sei finanziell nicht darstellbar. Die Grüne waren übrigens auch dagegen und begründeten, das damit. Sie sehen keinen Grund dafür, die Praxisgebühr wieder abzuschaffen, weil es an negativen Belegen mangelte. Zudem fehle die Gegenfinanzierung. Und die FDP stimmte dagegen, weil man die Praxisgebühr nicht abschaffen könne, ohne gleichzeitig ein anderes Instrument der Kostenbeteiligung zu schaffen. Ein FDPler im Ausschuss hat sich allerdings enthalten der Stimme und zwar mit der Begründung, dass der Aufwand zu bürokratisch sei und das wäre verbunden mit Belastungen für die Ärztinnen und Ärzte. Nicht etwa, dass er an die Patientinnen und Patienten gedacht hat, aber immerhin. Und im Januar 2010 und im Januar 2010 hat dann auch Herr Lauterbach endlich mal die Abschaffung der Praxisgebühr gefordert, aber die SPD traute sich doch noch nicht einen so gewaltigen revolutionären Schritt zu unternehmen. Denn im September 2011 haben wir dann wieder die Abschaffung beantragt und die SPD lehnte erneut ab. Und zwar mit der Begründung, das Ganze sei nicht zielführend. Das habe ich nie ganz verstanden. Die Grünen wollten mit der Abschaffung der Praxisgebühr noch warten, bis endlich die Bürgerversicherung durchgesetzt sei. Und deshalb haben sich der Stimme enthalten. Aber immerhin schon ein Fortschritt. Und Union und FDP lehnten ab. Und zwar die FDP wegen der befürchteten Mindereinnahmen für die Kassen. Und jetzt will auch die FDP den gesetzlichen Versicherten ein kleines Wahlkampfgeschenk machen und ihnen diese 10 Euro pro Quartal erlassen. Nicht unbedingt aus sozialen Gründen, sondern wegen der schrecklichen Bürokratie für Ärztinnen und Ärzte und Kassen. Und Herr Kubicki in Schleswig-Holstein, der FDP-Spitzenkandidat, startet wirklich nur Unterschriftensammlungen. Ich dachte ja, ich spinne. Aber ist ja okay. Und Herr Lindner, der sich jetzt auch über die Bürokratie aufregt, startet ähnliche Initiativen in NRW. Und jetzt kommt die FDP und wirft uns vor, weil wir diesen Antrag stellen, wir machen Wahlkampf. Also mehr Wahlkampf als Sie, kann man sich ja nun gar nicht vorstellen, in dieser Beziehung machen. Und ich sage Ihnen auch, wir können ja heute sofort abstimmen, dann schaffen wir die Praxisgebühr ab. Die Kassen haben genügend Geld, das ist überhaupt kein Problem. Stimmen Sie doch der sofortigen Abstimmung zu, dann beweisen Sie, dass Sie das ehrlich meinen und dass es nicht nur ein Wahlkampfgetöse ist. Aber was ich nicht mag, das will ich Ihnen auch sagen, wenn man Bestandteil der Regierungskoalition ist und dann solche Forderungen stellt, dann gibt es ja ganz viele, die machen sich die Hoffnung, dass das wirklich passiert. Aber die Union stimmt ja nicht zu. Und das wissen Sie ja auch. Und dann verbreiten Sie nicht falsche Hoffnung. Oder Sie stehen es durch und stimmen dann auch jetzt für die Abschaffung dieser Praxisgebühr. Im Übrigen, ja hören Sie zu, wenn das Geld beim Bundesfinanzminister bleibt, landet es eh bei den Banken. Also insofern ist es wirklich sehr viel besser, es den Versicherten zu geben. Und dass es, ja hören Sie zu, und dass es keinerlei Steuerungswirkung hat, das hat sich ja nun inzwischen herumgesprochen, weder haben die Arztbesuche wirklich abgenommen, noch hat es irgendetwas eingebracht. Allerdings muss ich sagen, es gibt schon einzelne Betroffene, die deshalb nicht zum Arzt gegangen sind oder die den Arztbesuch verschoben haben. Ich habe Ihnen das schon mal erzählt. In meiner Anwaltsprechstunde war ein Mann, der hatte richtig Fieber. Da habe ich gesagt, Sie müssen zum Arzt gehen. Das war, glaube ich, so der 27. Juni. Und dann sagt er zu mir, er wartet noch vier Tage, um nur einmal die Praxisgebühr zahlen zu müssen. Sagen Sie mal, das ist doch der Gipfel der Unverschämtheit in einem so reichen Land wie Deutschland. Man muss doch jemand zum Arzt gehen können, wenn er erkrankt ist. Nein, und deshalb hoffe ich, dass auch bei der Union endlich die Erleuchtung kommt und dass wir die Praxisgebühr abgeschafft bekommen. Und zwar nicht nur vor, sondern auch nach einer Wahl. Mal sehen, wie die FDP da in Zukunft stehen wird. Dankeschön.